Hallo zusammen! Und jetzt sind wir wieder zu einer neuen Jump League Runde. Und wir gehen gerade auf die Map Halloween, weil die haben wir vorher schon gespielt. Und schauen, was wir hier drauf reissen können. Geiler Name. Wer hat einen geilen Namen? Chrissy Time. Hm, weiss ich auch nicht. Mal schauen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall gleich mal los und versuchen das so schnell wie möglich zu machen. Wir haben ja vor zwei Videos... Ah! Nein! Wir haben es auf jeden Fall schon mal sehr schnell geschafft. In 25 Sekunden. Okay. Shit, okay. GG. Ja, gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht. Da meine ich, es wäre jetzt auf jeden Fall schneller gegangen als ich da gewesen bin. Aber ist ja nicht so schlimm. Wenn ich so euch mal einen nächsten Spiel... Oder sonst würden wir da noch alle Gegner ausfordern. Das hilft auch immer. Bäm, bäm, bäm. Gut. Und wir haben schon wieder über 100 Coins. Dann können wir gleich mal etwas kaufen. Ähm. Okay. Was ist das für eine Map? Das ist die Map... Äh, Ender. Map Ender, okay. Zack. Ja. Das könnten wir jetzt einfach voll anziehen. Ja. Ist jetzt nicht gerade voll anziehen, oder? Egal. Klappt schon. Schön ein bisschen konzentrieren. Aber trotzdem noch schwarze. Naja. Das ist viel zu wenig... Komm jetzt. Viel zu wenig aufpasst. Gibt es da einen Checkpoint in der Map? Nein. Oh. Kopf! Kopf! So schwierig kann das doch nicht sein. Wie? Dodododok wins! Da ist einfach rausgegangen. Er hat es gerade gedacht so. Nein, meischt. Er hat es gerade gedacht so. Oh! Die Map! Die finden das richtig so... zum ansehen, ich gebe dir auf die Kopfweh Panda heißt die ok ok schauen wir mal was wir auf der Raum mehr freisen können bis jetzt wunderbar ist aber glaube ich ganz einfach ok der ist schon geschafft holy shit holy moly sind die gut jetzt sind noch Pro-Gamer unterwegs aber sowas von aber sowas von sind noch Pro-Gamer unterwegs dann schauen wir mal vorgall raus mhm Endermap, ja das ist auch eine ganz schnelle und ich merke ich werde langsam müde darum sollten wir nicht mehr allzu lange machen weil wenn müde ist Jump League aufnehmen ich weiss ja nicht ich weiss ja nicht ob das die Lösung ist hop 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 jawoll hoch und dann haben wir die 20 oh er ist vor mir er ist vor mir nein 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 so nice nein ok scheisse hop 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 jetzt müssen wir mal laufen go 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 da rechts links rechts was auch immer so gut schnell hoch wir sind vor ihm das ist gut irgendwie doch nicht gut ja jetzt ist er schon weit jetzt ist er auf jeden Fall schon weit das ist nicht gut aber wir kommen wieder wir kommen wieder hop 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 gut gut durchgegangen wir sind schon sechsmal gestorben und jetzt sind wir vor ihm er ist gestorben gut 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 was wir haben doch genau runter gehen go gut jump jump hier 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 boah und nachher wenn ich das wieder fertig habe dann ja klar wieder zum hochladen holy shit das ist mal etwas so ey willst du mich eigentlich verarschen hä hä ich glaube so ist es gar nicht machbar doch doch ah was ah man stirbt in der lava ah was ja das habe ich nicht gewusst ich meine es ist kein Problem aber das heißt man muss doch ein bisschen aufpassen ich bin 14 mal gestorben auch 4 mal hä was macht er das spielt ja mega langsam gut gut jawohl 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 sag nein oh nein stopp das du smearlab smearlab ist jetzt immer ein smearlab wie ich habe das war ja lustig das war ja lustig hopp ist er noch da ja er ist noch da schon gedacht wir haben gewonnen aber nein das haben wir nicht wir müssen hier hart erkämpfen gut gut da ja da ja nein passt doch mal auf du kannst noch immer 16 mal sterben ok wahrscheinlich gewinnen wir die runde ja gesagt und er lebt dann weg ist er richtig gut richtig gut richtig gut ok hey jetzt habe ich Sackfeel aufgenommen jetzt müssen wir noch mal Sackfeel aufladen und dann ist es gut vielleicht kommt ja noch 1-2 Runde Schach na Schach ich weiss noch nicht ich muss mal schauen vielleicht kommt ein bisschen Schach und sonst halt nicht wenn nicht dann schlafen gut ihr schlaft dann sicher auch wunderbar und bis morgen Tschüss